Willkommen Leute zu diesem Kanal-Update auf dem Kanal Blue One-Up Gaming. Es dürfte kein Geheimnis mehr sein, dass ich plane, noch in diesem Januar ein neues Let's Play zu starten, da ich es schon in dem Super Mario Vacation Let's Play erwähnt habe und auch sonst heilgemässig schon davon erzählt habe. Und deswegen möchte ich euch jetzt in diesem kurzen Infovideo noch ein paar Details zu diesem Projekt sagen. Was für ein Game es sein wird, werde ich immer noch nicht sagen, aber ich werde euch schon mal einen Hinweis geben. Dann wisst ihr zumindest schon mal, in welche Richtung es geht und ich möchte zumindest den Überraschungsfaktor noch ein bisschen da lassen. Also, dieses Projekt, ich werde es leider nicht mehrmals als nicht öfter in der Woche bringen können. Es wird wöchentlich kommen und die Folgenlänge liegt dabei so zwischen 15 und 20 Minuten. Also, ist mein Ziel, in der Umfrage hat sich auch ergeben, so 10 bis 20 Minuten ist die Videolänge, die eben den meisten sozusagen passt. Ist jetzt für mich persönlich, wenn ich Videos schaue, auch die angenehmste Zeit. Und ich denke, dass das auch für dieses Let's Play eine echt gute Zeit ist. Vor allem, wenn ich versuche, auch ein bisschen unnötiger Dinge rauszuschneiden. Und da sind wir auch schon beim Thema, ich werde dieses Let's Play generell so gestalten, im selben Stil, wie ich es bei Super Mario Vacation auch gemacht habe. Was auch ein Stück weit auch der Grund ist, warum ich es nicht so aufbringen kann. Ich möchte es eben, ja, ein bisschen spezieller gestalten. Ich möchte euch auch wieder mit Umfragen und so mit einbeziehen. Und, ja, weil ich unter der Woche leider nicht die Gelegenheit habe, Videos aufzunehmen, wird es dann ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, es kommt jede Woche einmal. Als Ziel ist, dass es jeden Dienstag kommt. Also, jeden Dienstag kommt eine neue Folge des Let's Plays. Ausnahme wird aber diese Woche sein. Da dieses Infovideo heute ja dienstags kommt, bedeutet das, dass das Let's Play am Donnerstag startet. Und dann ab der nächsten Woche, wie am Dienstag, die Video oder das Video immer bringen kann. Ja, dann ist es so, dass ich bei Gelegenheit auch mal zwei Parts die Woche machen werde, wenn ich mal Zeit habe oder so. Ist halt ein bisschen schwierig für mich. Also, und ich möchte halt auch nicht andere Videos, wie zum Beispiel, was weiß ich, Challenges, Top Lists oder vielleicht mal ein Themenvideo. Das möchte ich nicht vernachlässigen. Und wenn ich mal so ein Video, so ein spezielles Video habe, fällt das dann auf den Donnerstag. Also, es wird in naher Zukunft so aussehen. Am Dienstag immer eine neue Folge des Let's Plays. Dann am Donnerstag wird es so sein, da kommt dann ein Spezialvideo. Es muss nicht jede Woche kommen. Es wird auch definitiv nicht jede Woche kommen. Sondern nur mal so bei Gelegenheit. Und dann am Wochenende, ja. Wie wir es kennen, immer den typischen Livestream. So als perfekten Wochenabschluss. Also, das ist mein angepeilter Plan für die nächsten, sagen wir mal, acht Wochen. Weil in acht Wochen habe ich dann wieder Ferien. Nämlich, ja, Winterferien in Bayern heißen sie Faschingsferien. Ja, da habe ich eventuell oder wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, sowas zu produzieren. Deswegen könnte es sein, dass sich der Plan dann ein bisschen ändert. Aber falls dem dann so ist, werde ich euch das auch dann in einem Video mitteilen. So, abschließend kann ich nur noch sagen, ein paar Tipps, was für ein Game es ist. So, Titel des Spiels sage ich nicht. Aber ich kann sagen, ihr kennt das Spiel alle. Und es mögen ziemlich sicher auch die meisten von euch. Ich glaube, dass es ziemlich viele von euch auch gespielt haben. Und es ist ein Mario-Game. Ich bin selber schon sehr auf das Projekt gespannt. Und ihr könnt ja gerne auch mal in den Kommentaren schon mal ein paar Vermutungen darlegen. lassen, um was für ein Game es sich hierbei handelt. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr so für Vermutungen habt. Ja, also, ich freue mich dann schon auf den Donnerstag, auf Part 1 des neuen Projekts. Ich hoffe, ihr auch. Und das war es dann auch schon wieder von diesem kurzen Infovideo. Hab noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche. Und bis Donnerstag. Auf Wiedersehen und bis bald.